so da wären wir wieder und eigentlich wollte ich hier in die hallen gehen aber mir fällt gerade was auf da sind noch jede menge schwarze flecken auf der karte die wir vollkommen ignoriert haben also ja wir könnten einfach sofort weiter rushen aber dann sind wir wahrscheinlich ein paar folgen durch und eigentlich macht das ziemlich spaß die ganzen sache aufzudecken also gehe ich jetzt mal wo war das war nicht da unten oder nur sind die gates wirklich passend also ist das hier unten links also da und die gates oben rechts ja doch passt sehr schön also wo fehlt noch was einmal nach rechts aber nach oben viel auf jeden fall war es hammer sollte mal ausnehmen müssen wir den der skelette ecke also der richtigen skelette ecke ganz viel davon sind so fahrstuhl eine etage hoch und dann in der etage bleiben und gucken ob irgendwo licht ist okay checken wir so lange nach geheimen gingen was müssen wir auch noch demnächst machen neue essenzen kaufen nein das war jetzt nicht so toll wo ist der noch licht da oben ja alternativ können nach oben porten denn da oben aufdecken gucken was da ist dann runter gehen dann hier weitermachen das klingt für mich besser als auf den fahrstuhl neu zu warten der denn sowieso erst mal nach unten fährt und nicht nach oben also da da genau jetzt müssten wir wieder auf den fahrstuhl warten kommen springen oder so was für ein heck weg teleportiert und wieder rauf zu springen hier fehlt aber was und zwar drei leiter nach unten und zwar oben das war licht außerdem durch das ganze erforschen hier und zwangsweise damit einhergehenden töten von gegnern kriegen wir die erfahrungspunkte brauchen wir sind recht kurz vor level 12 ich denke mal wenn wir zu viel überspringen fehlen uns auch die level aber wir haben ja eben gerade gesehen beim letzten boss bei dem handschuh dass ich doch schon ziemlich gezogen hat weil es für schaden gemacht haben erfahrungspunkte werden uns gut tun der ganze look wird uns auch gut tun auch wenn ich mal denke dass 3160 goldmünzen eigentlich genug sein dürften und sonst ist ja nix okay ein mini rom und mal keine spawner und skelette ist ja schon fast außergewöhnlich was haben wir hier ausgang des mausoleum magnum okay also du kannst nicht noch mehr tragen ja doch sieht ein wenig unübersichtlich aus also verkaufe und hier bei dem mausoleum magnum sowie noch wären wir rausgekommen wenn wir nicht einfach durchgerutscht werden aber das passt dann hab dich aber das passt dann ja auch so hier musste irgendwo noch licht sein es war hier jeder zweite von vier edelsteine ja klar also habe ich nicht wirklich was gegen es nur ein bisschen komisch was sich das hier so läuft wirklich jede zweite skelette hat rubin oder andere edelstein artige sache weiß ich ja schon wieder zafira zwei stück trank der geschwindigkeit so dich hätten wir schon mal also shift 3 zum koch wir würden gerne verkaufen und zwar alles an waffen was nicht da oben links ist und der eine bogen genau den bogen da morgen stellen 223 ist ein ticken besser aber der hier greift doppelt so schnell an das ist mir doch irgendwie wichtiger du weg du weg 14 edelsteine deutlich kann weg lang bogen pfeile wo wir brauchen neue pfeile fällt mir gerade auf diese arkanen dinge stadt der lehmung aber von mehrere langsamkeit verwandlung ich glaube ein verwandlungsstab verkaufe ich weil wir benutzen die stäbe meistens nur bei boss gegner und die werden sich nicht in die hütte verwandeln lassen denke ich mal und falls doch reicht ein stadt dafür schlüssel könnten wir demnächst wieder abladen in der bank die goldene box könnten wir auch in der bank lassen die benutzen wir nie weil sie bringt uns nichts etwas nicht wirklich wenn wir alle räume aufdecken wollen kleine füllen könnten weg teleportationsräume in die küche können weg da können wir uns teleportieren was bist du feuerbolzen sind nur feuerbolzen keine feuerbälle 30 ladungen haben und nicht haben was mit dir lähmung teleportation zu zora brauchen wir nicht da haben wir auch eine muschel führen hana bank der rest sieht ok aus jetzt würde ich gerne kaufen essenzen und zwar 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13 14 wir haben immer noch fast 4000 gold ok wo wir gerade dabei sind kaufe noch ein paar rote essenzen so wohin jetzt so ran für die pfeile mist kaufen bügelprojektile 1 2 3 4 5 6 so 300 pfeile müssten für jeden boss reichen sonst hast du sonst hast du äh phasentüren hitzeaura ist ok so zu dir warte mal kurz zurück zum koch was können wir so schönes herstehen wie der beliebungs elixier für haustiere ja komm so 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 und ein giftreduktionstrang nö danke so äh kurz speichern damit wir die ganzen verkaufsaktionen nicht nochmal machen müssen äh Bank also ja wir könnten Schlüssel einlagern Katakomben äh ne ich glaube ich bald Schlüssel erstmal nur für den Fall dass irgendwo noch ein Schloss ist wo wir den brauchen könnten so also Katakomben brauchen wir jetzt oberen Ausgang also also ich hier äh Wann springen jetzt ist es zu früh gewesen ok rechts geht es noch weiter oh du feuerbefalle du feuerbefalle hallo bye bye oh ähm ja hallo warte mal du wiederbeleben da ist schon wieder so ein Typ der so ein fliegender Schädel der so komisch spricht Möchtest du wiedergeboren werden? der spricht nicht komisch er ist nur komisch ich bin nicht so ein religiöser Typ ich besitze dir ein mächtiges ich besitze dann richtig dieser Artefakt dass du dir eine zweite Chance verschaffen könnte hmm eine zweite Chance für was? um zurückzugehen deine Fehler zu korrigieren um erneut die Entscheidung zu treffen die in der Vergangenheit gemacht hast äh das haben wir schon das nennt sich speichern und laden hört sich verlockend an im Tausch gegen blaue und Arcana Essence deine Wahl das Artefakt löscht alle deine Fertigkeitspunkte sodass du dir neu verteilen kannst wow ähm ok was brauchst du? blaue Sens 100 äh Zoran? irgendwann kriegt die Novenlieb äh was wollen würden wir denn überhaupt verändern wollen? äh ja ja wir könnten Streitkolben rausnehmen und dann treffen wir irgendwann auf einen Gegner der total gepanzert ist und nur Streitkolben verletzt und dann habe ich die Arschkarte das bringt auch nichts mhm Zauberstäbe könnten wir wegnehmen die waren zwar bei dem einen Boss ganz schick aber seitdem haben wir keinen Stab gefunden der ähnlich viel Umf hat also wie der Feuerballstab halt gegen den Baum äh Tränke wir stellen so viel Tränke gar nicht mehr her ne? wir können uns jetzt ja selber heilen und wenn wir die ganzen Punkte von Tränke wegnehmen und bei Heilung rauflegen hätten wir bestimmt richtig tolle Heilsauber aber was für Tränke haben wir noch so die wir herstellen können Regulation, Heilung, Giftreduktion äh ich ja nö blaue Sens her damit oh wir sind hier falsch äh Koch Kaufen Kaufen so Abspeichern und jetzt wieder taktisch richtig äh zu dem Typen springen ich hoffe man kann die da mehrmals kaufen das wäre richtig schick also ruhig jedes Mal 100 Essenzen jeweils ist mir egal aber das falls ich jetzt einen Fehler mache dass ich den dann wieder ausbügeln kann oh da ist ja noch ein Geschäft da waren wir schon drin ich glaube schon aber zeig mir was du noch für Tränke hast jetzt wo wir sie bald los werden verbesserte Entdeckung Wiederbelebungselixier haben wir schon hm hm zusätzliche Heilung 16% aber die Schutz die Schutzwerte sind absolut grottig äh Foliant des erleuchteten göttlichen Lichtes mehr Schaden ah kurzzeitig erhält die Gehalte war für göttliches Licht und erzeugt die Schaden an den Toten Funktioniert nur mit Streitkolben mhm Besseren heilser warst du irgendwie nicht ja langsames Gift mhm du haben wir schon ein Feuerzepter wie 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 wo 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 wo